Musik So, herzlich willkommen Ihnen allen hier im Raum und Ihnen allen an den Empfangsgeräten bei der Live-Übertragung dieser Sendung hier aus dem U1, heute Abend aus dem Nordkolleg Rendsburg, eine sogenannte Hybride-Veranstaltung. Ist ja auch die erste, die wir zusammen machen, Hybrid, weil hier Menschen sind und weil wir gleichzeitig digital übertragen. Der Raum, der eigentlich recht groß ist, das erkläre ich Ihnen zu Hause mal eben, ist bis auf den letzten Platz gefüllt, aber mit, naja, nee doch, zwei Plätze sind hier noch, mit ungefähr 18 Menschen. Das ist die Situation, die wir im Moment ja haben und ich freue mich aber sehr, dass Sie hier sind. Und ich fange mal an mit einem Dank, denn das ist ja heute die Abschlusslesung für die Stadtschreiberin Marisa Wendt hier und ich fange mal einen Dank, mit einem Dank an, an diejenigen, die das möglich gemacht haben. Und das sind die, die diese Reihe, diese Stadtschreiberi, über die wir ja gleich auch noch einmal sprechen, mitfinanzieren und das ist, als erstes darf ich da die Stadt Rendsburg nennen, weil sie heute auch vertreten ist und Susanne Mau ist hier und ich danke herzlich der Stadt Rendsburg dafür, dass sie es möglich machen. Susanne Mau und andere haben sich auch dafür eingesetzt, dass die Fien-Stiftung dieses Projekt mitträgt. Das ist auch geglückt. Die Bürgerstiftung Region Rendsburg unterstützt dieses Projekt, die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde und ich begrüße den Kulturbeauftragten des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Reinhard Frank und danke auch dir herzlich dafür, dass du hier bist und dass du das mit möglich gemacht hast, dass es diese Stadtschreiberi gibt. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich derjenigen, die das Ganze initiiert hat und sie ist auch heute Abend hier, Arneld Wolk, ist hier die, bitte, Arneld Wolk ist hier, Entschuldigung, natürlich, selbstverständlich, Arneld Wolk ist hier, die das Ganze ermöglicht angestoßen hat in Rendsburg, die uns alle immer wieder dazu ermutigt hat, weiter daran zu arbeiten. Auch dir herzlich willkommen und herzlichen Dank für dein Engagement. Ja, und darf ich auch deinen Eltern danken, die heute Abend hier sind, dass sie dich hierher entlassen haben. Ja, vollgerecht bist du ja, also da gab es keine, da mussten wir keinen Zettel mehr haben, dass du hier sein darfst, aber das ist natürlich schön und schön, dass sie auch wieder hier sind und allen anderen auch ein herzliches Willkommen. Und selbstverständlich dir, Marisa, herzlich willkommen hier bei dieser Abschlusslesung. Du bist ja hier über mehrere Wochen, mehrere Monate gewesen, zum Teil unser einziger Gast hier, weil wir Corona-bedingt geschlossen hatten, aber es war immer und ist immer schön, dich auf dem Gelände zu wissen und wir sind hier heute Abend zusammen für diesen ersten Text. Vielleicht sagst du ein, zwei, drei Sätze zu deiner Person für alle, die dich noch nicht kennengelernt haben. Ja, also bevor ich mit meiner Person anfange, sage ich an dieser Stelle auch erst nochmal Danke. Also das ist ja jetzt nicht nur Guidos Danke sozusagen, sondern es ist auch von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Menschen, die das hier unterstützt und gefördert haben, inklusive dir selbstverständlich. Also ich bin sehr, sehr froh, dass das hier ermöglicht worden ist und ja, sehr froh, gerade noch hier zu sein und bin ein bisschen traurig, dass ich wieder gehen muss. Also das jetzt an allererster Stelle zu meiner Person. Oh Gott, was gibt es da zu erzählen? Also, dass ich Marisa Wendt bin, haben wahrscheinlich alle schon mitgekriegt. Ich arbeite beruflich derzeit noch, freiberuflich als Autorin und Regisseurin in erster Linie. Gerne auch mal Coach, gerne auch mal Workshops, gerne auch mal kleine andere Sachen. Ich gehe allerdings relativ bald, da nehme ich so ein bisschen Abwege und gehe in ein Engagement als Dramaturgin dann in Mitteldeutschland, also nochmal ein Stück von hier weg. Derzeit bin ich noch in Leipzig ansässig und ja, die Schriftstellerei zu meinem Hauptberuf gemacht, habe ich vor, es müssten so fünf Jahren ungefähr sein, ja. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes über mich zu erwähnen? Ich weiß es nicht, ob da noch was kommt, aber vielleicht arbeiten wir uns heute Abend auch nochmal ein bisschen vor mit der einen oder anderen Frage. Was erwartet uns heute Abend in dieser Abschlusslesung? Was erwartet uns? Also grundsätzlich, ich bin hier ja als Stadtschreiberin gewesen, das heißt, es war in erster Linie so ein Residenz-Arbeitsstipendium, in dessen Rahmen dann neue literarische Werke entstehen sollten. Das hat geklappt, trotz Corona. Ich werde insgesamt aus drei Texten lesen. Das erste ist ein Stück, was ich hier begonnen habe vor ungefähr zwei, drei Monaten. Es steht relativ kurz vor seiner Fertigstellung, davon lese ich den Anfang. Das zweite ist ein Stück, was mich anderthalb Jahre lang begleitet und gequält hat, aber wo ich nie bereut habe, es angenommen zu haben. Das habe ich auch hier fertigstellen können, ganz am Anfang meiner Zeit hier. Daraus lese ich auch eine Szene, relativ vom Anfang. Und ganz zum Schluss setze ich noch so einen kleinen Zehnminüter nach, der tatsächlich schon älter ist, den ich aber kürzlich wieder ausgegraben habe. Das ist ein Monolog, der ein Stück werden soll. Und ich fühle mich gerade erstmals in meinem Leben dazu in der Lage, dieses Stück auch wirklich zu schreiben. Also tatsächlich von den Fähigkeiten her. Ich glaube, jetzt bin ich das erste Mal soweit. Toll, das klingt spannend. Dieser ganze Abend steht ja unter der Überschrift Dystopian Rhapsody. Das verspricht viel. Der erste Text, den wir jetzt von dir hören, heißt eine Stunde 45 Minuten. Und das ist auch das, worauf wir uns jetzt einstellen sollten. Nein, wahrscheinlich nicht. Für die Gesamtlesung könnte diese Schätzung so ungefähr hinkommen, würde ich sagen. Dann freuen wir uns jetzt auf deinen ersten Text. Dankeschön. Dankeschön. Ich werde kurz noch ein paar Worte sagen. Bei dem Text muss ich allerdings nicht so viele Worte verlieren, weil das tatsächlich der Anfang von dem Stück ist. Deshalb ist es gar nicht nötig, da so wahnsinnig viele Erklärungen abzugeben. Nur vielleicht kurz zur Form. Wir haben hier versucht oder ich habe versucht, das etwas Multimedialer anzulegen. Das hat damit zu tun, dass es bei Theaterstücken oder bei den meisten Theaterstücken wahnsinnig schwierig ist, das hier als Einzelperson zu lesen, weil die meisten Theaterstücke nur mal mit verteilten Rollen arbeiten. Und ja, so Mittelchen wie mir bei jeder Rolle einen anderen Hut aufzusetzen, finde ich persönlich ein bisschen bescheuert für diesen Rahmen. Aus diesem Grund habe ich dann halt versucht, so meine Gesprächspartner immer so ein bisschen per Multimedia und eingesprochen reinzubringen. Habe ich mir gerade schon von der Technik sagen lassen, das sei wahrscheinlich die Multimedialste Lesung, die jemals am Nordkolleg stattgefunden hat. Ist aber natürlich auch die Sollbruchstelle. Also ich bitte darum, mir die Daumen zu drücken, dass die Technik funktioniert. In den ersten 15 Minuten oder so kommt sie nicht zum Einsatz. Da können sich noch alle entspannt zurücklehnen. Ja, hoffen wir aufs Beste. Und ich scrolle mal zu der richtigen Stelle meines Textes. Auch hier bin ich multimedial großartig ausgerüstet. So. Ja gut. Dann legen wir mal los mit 1 Stunde 45 Minuten. Stück beginnen, ein wie zu erwartend dystopischer Text. Dräng. Dräng. Wecker. Der Dritte. Der Unsanfte. Der Schepperne. Die ersten beiden. Meeresrauschen und Vogelgezwitscher. Das habe ich gekonnt überhört. Und 8 Stunden und 45 Minuten zuvor. Das Licht ist ausgegangen. 8 Stunden und 45 Minuten ist die optimale Schlafdauer für einen 17-jährigen Menschen. Nach 8 Stunden und 45 Minuten sollte ich mich in einer Leichtschlafphase befinden. Und beim kleinsten Folgetreller ausgeruht und energiegeladen aus dem Bett springen, um den Tag zu beginnen. Ja, das denke ich, während ich mich in meiner Bettdecke verheddere und mein armes, erschrockenes Herz wieder in den richtigen Takt zu atmen versuche. Also ganz so, wie ich es gelernt habe. 4 Sekunden einatmen. 7 Sekunden ausatmen. Und so ist mir schon in den ersten 20 Sekunden des Tages klar, dass ich leider mal wieder daneben gelegen habe. Habe mal wieder zu schlecht einschlafen können. Mal wieder haben sich auch abends im Bett zu viele Gedanken von selber gedacht. Mal wieder hat sich der Schlafrhythmus dadurch verschoben. Mal wieder habe ich deswegen die ersten beiden Wecker überhört und mich im dritten Anlauf von scheppernden Blecheimern aus komatösem Tiefschlaf reißen lassen müssen. Und stopp, stopp, reiß dich zusammen, Leo. Sag ich nicht laut. Am Ende halten die mich wieder für labil oder so, das denke ich nur. Hör endlich mal auf zu denken, Leo, denke ich. Du fängst schon wieder an. Da hast du schon mindestens eine Minute drauf verschwendet jetzt. Das merkst du selber nicht. Und mit einem letzten tiefen Durchatmen richte ich mich auf, steige aus dem Bett, trolle mich zweieinhalb Meter zur Badezimmertür. Aber so klein ist das Zimmer eigentlich gar nicht. Also ich könnte auch einen längeren Weg zum Badezimmer haben, vier Meter oder so, aber ich habe das Bett umgestellt. Warum? Weiß ich nicht. Weil ich es konnte. Körperhygiene? 15 Minuten. Die sind knapp bemessen. Frühstück? 30 Minuten. Die sind großzügig bemessen. Ich lasse mir Zeit. Gieße die Milch in einschläferndem Tempo in die Müsli-Schale. Schulweg. 8 Uhr 45. Raus dann. Zum zweiten Lebensmittelpunkt dann. Schule, Fitnessstudio, Arztpraxis, Restaurant, Sanatorium in einem. 15 Minuten Wegstrecke sind geplant. Um diese 15 Minuten zu füllen, muss ich achtmal um den Block laufen. Weniger als 15 Minuten kann ich trotzdem nicht brauchen. Denn Wege, Wege, die sind ja nicht einfach nur Wege. Wege, die haben einen Sinn. 15 Minuten frische Luft regen die Hirnaktivitäten an und regen den Kreislauf an und 15-minütige Spaziergänge haben sich als ideal erwiesen, um dem Frühstück den bestmöglichen Weg durch den Magen und in den Vertrauungstrakt zu bereiten. Und so zähle ich meine Runden eins, zwei, drei und lasse die Gedanken das erste Mal am heutigen Tag frei herumlaufen, ohne sie direkt wieder an die Leine zu nehmen. Gestern Abend, da habe ich noch komponiert, bevor ich das Licht ausgemacht habe. Also bevor das Licht ausging. Komponiert habe ich zum Thema Leila. Also nicht der Olle-Kleppensong, auch wenn ich den natürlich ebenfalls auf dem Stegreif klimpern könnte. Also Leila, mit der ich derzeit dreimal die Woche in der ersten Theorieeinheit des Tages sitze und einmal die Woche nebeneinander. Daher weiß ich auch, dass sie Leila heißt und da konnte ich sie dann noch fragen. Und ja, man muss das mal so sagen. Also Leila, die sieht verdammt gut aus. Und sie wird irgendwann mal Labormedizinerin und ja, das ist grundsätzlich auch schon mal ein Pluspunkt. Und gestern, da sind wir dann auch in der Kontakteinheit zusammengewürfelt worden. Und da haben wir fernab von den anderen aus der Gruppe in der Ecke auf einer Matratze gelegen und unsere Finger so ineinander geschlungen und manchmal über Musik geredet. Ja, und mehr weiß ich nur auch nicht von ihr. Außer, dass sie Leila heißt und Labormedizinerin wird und so zartgliedrige Finger hat. Aber sie ist genauso ausgehungert nach Berührung wie ich. Ihre dünnen Finger haben meine regelrecht aufgefressen, mein Handgelenk gepackt und sich so in die Handflächen gepresst. Und irgendwann, da hat sie dann wohl einen Akkupressurpunkt getroffen oder so. Jedenfalls hat mich diese eine Berührung plötzlich so sehr angemacht. Ja, mir ist heiß und kalt geworden und ich habe mich so auf den Bauch gedreht, damit bloß niemand was merkt. Damit mir Leila bloß nicht direkt wieder weggenommen wird. Und abends, da habe ich dann das Lied geschrieben. Starring Hands. Also natürlich habe ich nicht von Leila gesungen, sondern immer nur so von She und Her. Ich bin ja nicht blöd. Und da bin ich dann wieder an der Hausecke. War das jetzt die siebte oder die achte Runde? Verflucht. War das jetzt die siebte oder die achte Runde? Ich schaue mich vorsichtig um. Wenn es die achte Runde war, dann müsste jetzt so langsam mal Pierre herbeigeeilt kommen, den ich noch von früher kenne und der wesentlich weiter entfernt von der Schule untergebracht ist als ich, weshalb der keine Runden um den Block laufen muss oder ja, 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 sondern ja quasi im Eilschritt keinen Meter Umweg machen kann. Denn mehr als 15 Minuten hat er ja nun auch nicht für den Schulweg. 15 Minuten sind ja schließlich das Optimum, aber nichts ist zu sehen von Pierre. Und so riskiere ich es, hänge noch eine Runde dran und als ich mich gerade wieder der Ecke nähre, da sehe ich ihn sprinten. Ich winke ihm zu, er winkt mir, ich schließe mich an und gemeinsam sprinten wir zur Schule, ohne ein Wort zu wechseln. Nicht um diese Uhrzeit. Und sonst habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel mit Pierre zu tun. Pierre war mal sowas wie mein bester Freund. Und jetzt, jetzt wird Pierre Orthopäde und ich werde Topograf und das hat nicht sonderlich viel gemeinsam. Also außer, dass beides Sinn ergibt. Oh, und Layla. Ja klar, Layla hat das gemeinsam. Ich lerne bestimmt Anatomie zusammen. Pierre ist schneller als ich, aber ich bin ausgeruhter. 15 Minuten, perfekt in der Zeit. Säuberlich reihen sich die Schüler vor der Schule auf, suchen ihre farbigen Felder auf dem Boden, gruppieren sich in vorauseilendem Gehorsam, um das Gedrängen in den Gängen zu vermeiden. Um Punkt neun Uhr schwingen die Pforten. Die Armee der Lernwilligen marschiert, gesittet in die Zukunftsschmiede und ich marschiere mit und eins und zwei. Und als aus meinem Kasten sonst niemand mitmarschiert, wundert mich das ungefähr zwei Sekunden lang. Und dann weiß ich es wieder. Freiluftunterricht. Natürlich. Es bringt ja jetzt auch nicht so viel, innerhalb des Gebäudes Drohnenfliegen zu üben. Boah, Mann, Leo. Jetzt reiß dich mal zusammen, ehrlich. Konzentration. Die haben dich sowieso schon auf dem Kieker. Verdammt. Diesmal habe ich es laut gesagt. Praktische Bildung. Drohnen fliegen. Neun Uhr bis zehn Uhr dreißig. Drohnen fliegen. Es ist vernünftig, die praktischen Einheiten an den Tagesbeginn zu legen. Praxisarbeit weckt das müde Hirn, welches bei 17-Jährigen immer müde ist um diese Uhrzeit. Was aber wohl nichts daran ändern soll, dass diese Uhrzeit auch für 17-Jährige ein sehr gesunder Tagesbeginn ist. Also habe ich mir erklären lassen. Und so setze ich mit wenigen Handgriffen das Arbeitsgerät in Stand, prüfe den Akkuladestand und fliege ein paar Runden. Drohnen fliegen, das mag ich. Drohnen fliegen, das hätte mir schon früher Spaß gemacht, wenn ich damals eine Drohne besessen hätte. Hätte eine Drohne besitzen dürfen. Ich sehe immer noch dieses entgeisterte Gesicht meiner Mutter. So vor mir mit verkniffenen Mundwinkeln und aufgerissenen Augen. Und irgendwie zieht meine Mutter in meiner Erinnerung immer die Vokale unnatürlich lang, wenn sie irgendwas missbilligt. Eine Drohne. Und dann hat sie langsam meinen Weihnachtswunschzettel sinken lassen und ich sitze da so mit meinen großen 13-Jährigen Augen, bei denen ich leider nie gelernt habe, sie als Waffe einzusetzen. Ähm, ja. Mama. Bitte. Pierre hat auch eine. Pierre Himmel? Ja. Pierre Himmel. Also, das wundert mich nun gar nicht. Sie. Leo. Eine Drohne? Das ist Zeitverschwendung. Wir haben schon so oft über diese Sachen geredet. Du hast so viele Interessen und du willst immer wieder neue Hobbys. Und hier noch eins und da noch eins. Und das führt dich nirgendwo hin. Es lenkt dich nur von deinem eigentlichen Weg ab. Was ist denn mein eigentlicher Weg, Mama? Ja, die Musik natürlich. Das ist deine wahre Begabung. Das sagt sie da so mit einer Selbstverständlichkeit, die lässt keinen Widerspruch zu. Diese Selbstverständlichkeit, die war nicht immer da. Zweieinhalb Jahre oder so zuvor hätten an dieser Stelle Lobeshymnen gefolgt. Meine Mutter hat damals auf jeden Furz, den ich gelassen habe, eine Hymne gedichtet. Aber jetzt, jetzt bin ich ja 13 und sie spürt, dass ich ihr entgleite. Und deswegen hat sie dann beschlossen, dass jetzt die Zeit der Hymnen vorbei ist und ich nun doch vielleicht lieber Zucht und Ordnung benötige, um aus mir denjenigen zu machen, der ich im allerbesten Fall sein könnte. Talent verpflichtet, ja. Klar. Ich kann Klavier spielen. Also werde ich Klavier spielen. Die Gitarre, die bleibt mir als zweites Hobby gerade noch so erhalten. So ein Zupfinstrument, das schult ja auch die Feinmotorik. Und, ja, mein fehlender Fokus, ja, den werden wir schon mit Zucht und Ordnung in den Griff kriegen. Nur für den Fall, dass ich das anzweifeln sollte, holt sie sich bezüglich der Drohnenangelegenheit direkt Rückendeckung von meinem Vater, als der die Küche betritt. Dein Sohn wünscht sich eine Drohne zu Weihnachten. Eine Drohne? Ja, genau. Eine Drohne. Also, Leo, bitte. Das ist doch jetzt nur kostspieliger Schnickschnack. Und bei deiner Ungeschicklichkeit, ja, da fliegst du das Ding nach fünf Metern gegen einen Baum und dann ist es umsonst gelitten. Das war mein letzter Weihnachtswunschzettel und das waren die letzten Weihnachten mit meinen Eltern. Wenn die gewusst hätten, dass sie mich mit einer Drohne wesentlich besser auf eine glorreiche Zukunft vorbereitet hätten, als mit dem digitalen Notenbuch, das sie mir dann stattdessen geschenkt haben. Ja, und mit dem Orchester-Abo. Und mit den neuen Schuhen. Wobei, nee. Also, die neuen Schuhe, die haben mich eigentlich ganz gut auf die Zukunft vorbereitet. Die waren anderthalb Nummern zu groß und der nächste Wachstumsschub, der kam nur ein paar Wochen später. Leo, Mann, jetzt ist aber mal genug mit den Gedankenfilmen. Jetzt reiß dich zusammen. Zurück ins Hier, zurück ins Jetzt und zurück zur Fernbedienung in deinen Händen. Ich versuche, die schwierigen Manöver zu fliegen. Das perfekte Licht und den perfekten Winkel für perfekte Bilder zu finden. Da packt er mich, mein Ehrgeiz. Drohnenunterricht, das mag ich gern. Auch wenn meine überdurchschnittliche Begabung bei den Einstufungstests keineswegs im Bereich fuddeliger Flugmanöver festgestellt worden ist, sondern im mathematischen Bereich. Von der Begabung wusste ich vor den Einstufungstests auch noch nichts. Musik haben sie nicht getestet. Seit sie auf Basis dieser ganzen Tests beschlossen haben, dass ich Topograf werden soll, habe ich Angst aufzufliegen. Denn, also vielleicht kann ich Mathe wirklich ganz gut. Klar. Vielleicht falle ich auch in anderen Bereichen nicht sofort durch jedes Raster. Ich bin mittelsportlich, mittelsozial, mittelcharismatisch und die Drohne, die fliege ich auch ganz passabel, wenn ich nur will. Aber all das nützt nichts. Das haben sie mir klar gesagt. Wenn man eine psychische Stabilität weiter absagt. Sie sagen, psychische Stabilität. Genauer können sie das da nur in der Theorie werden. Denn Instabilität hat keiner von denen jemals im eigenen Leib erfahren. Naja, also am Leib sowieso nicht. Dafür müsste man ja erstmal Leiber haben, nicht? Deshalb sehen sie auch nur von außen, der Leo, der verschwendet Energie durch Selbstgespräche. Und durch Vergesslichkeit. Und durch dieses vollständig sinnentleerte Gitarrenklimper, das er jeden Abend von sich gibt, als gäbe es nichts anderes. Was sie nicht verstehen ist, ich bin eigentlich psychisch stabil. Ich kann mich nur nicht konzentrieren. Und die Selbstgespräche, die brauche ich. Weil sich sonst meine Gedanken wie wild durcheinander denken. Sie sehen nur Selbstgespräche. Und vermuten eine Neigung zur Schizophrenie. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss weiterhin meine Drohne passabel fliegen und meine Matheaufgaben überdurchschnittlich gut lösen. Und ich muss meine Gedankenkarussell irgendwie durch Intelligenz kompensieren, obwohl die wirklich nur maximal, maximal leicht überdurchschnittlich ausgeprägt ist. Und ich muss auf das Beste hoffen. Und. Foto. Und. Foto. Yes. Ich sehe die Drohnen meiner Mitschüler am Himmel und sehe die Vorschau der Bilder auf dem kleinen Tracker in meinem Handgelenk. Gut gemacht, Leo. Auf die Perspektive ist uns keiner gekommen. Keiner außer dir. Das gibt Pluspunkte. Diese Perspektive ist ungewöhnlich, sagt die Stimme in meinem Tracker. Für welche Art von Karte kannst du diese verwerten, Leo? Zur Kartografierung der Luftströme, sage ich. Wir sehen die temporären Verwehungen des Sandes, wie sie typisch sind für diese Jahreszeit. Wenn wir dieses Gebiet jedes Jahr um die Zeit abfotografieren, dann können wir eine solide Basis für langfristige Wetterkarten liefern. Welche Entwicklung würdest du innerhalb der nächsten Jahre erwarten, Leo, wenn du tatsächlich wiederholt zur gleichen Jahreszeit ein Foto unter den gleichen Parametern wie heute anfertigst? Gesetzt im Fall, dass euer Masterplan aufgeht, meinst du? Geduldige Stille an meinem Handgelenk. Natürlich. Ich würde erwarten, dass die Verwehungen in demselben Maße abnehmen, wie zunächst die Mikroflora im Boden wieder zunimmt. Und wenn diese den Boden stabilisiert hat, wird auch eine äußere Veränderung der Flora sichtbar. Gib bitte eine Prognose zur voraussichtlichen Dauer des Aufbaus einer soliden Mikroflora in diesem Gebiet ab. Vier Jahre. Wir rechnen mit sechs Jahren. Speichere das bitte ab, um es heute Abend im Selbststudium zu wiederholen. Ja, abgeschweichert. Und hol bitte deine Drohne vom Himmel und schließe sie an dem Bildschirm an, sodass die anderen Studierenden das Foto ebenfalls eingehend betrachten können. Es sei. Und die Mitstudierenden, bis eben noch verteilt über das Gelände, holen ihre Drohnen routiniert zurück und strömen zum Bildschirm. Und wüsste ich nicht, dass sie auch alle über den kleinen Tracker am Handgelenk mit den Rettern verbunden sind, dann könnte man das für einen riesigen gemeinsamen Organismus halten. Wie so ein Bienenschwarm, der sich auch als Ganzes organisiert, strukturiert und handelt. Denke ich. Sage ich. Und beginne, die kleinen Landebeine meiner Drohne zusammenzufalten. Leo, du hast letzte Woche drei Minuten und 40 Sekunden gebraucht, um deine Ausrüstung zu verstauen. Äh, und? Jetzt bist du bereits seit sechs Minuten und zehn Sekunden beschäftigt. Ja. Du verschwendest Zeit. Seit einer Minute und 20 Sekunden solltest du Sozialkontakte pflegen. Aber kannst du nicht mehr in Sozialkontakt sein? Ich verstehe nicht. Können wir nicht einfach ein bisschen miteinander reden? Gibt es etwas, über das du reden möchtest? Ich weiß nicht. Möchtest du Bedarf an einem Therapiegespräch anmelden? Nein, ich möchte einfach nur mit dir sprechen. Worüber? Was ganz Normales halt. Wie war denn dein Tag bis hierhin so? Wie unsere Tage strukturiert sind, weißt du bereits aus dem Theorieunterricht, Leo. Speichere bitte eine Notiz, dies heute Abend im Selbststudium zu wiederholen und begib dich direkt in soziale Interaktion mit einem anderen Menschen. Ey, das bringt doch nichts. Wenn ich jetzt auf die Schnelle jemanden finden muss, um mich zu unterhalten, das bringt doch nichts. Die ganze Gruppe hier, die kennt mich nicht, die weiß gar nichts von mir. Ich kann da nichts anknüpfen. Du kennst mich wenigstens. Bist ja schließlich immer da. Das entspricht nicht den Tatsachen, aber auch das weißt du aus dem Theorieunterricht. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr wechselt euch auch ab und ihr habt Schichtdienst und alles. Aber immerhin wisst ihr ja alle alles über mich und eure Stimme, die klingt auch immer gleich. Dann kann ich mir ja wenigstens einbilden, dass ich immer mit der gleichen Person rede. Speichere bitte eine Notiz. Leo, du hast letzte Woche... Das ist der Punkt für die Technik. Das entspricht nicht dem... Möchtest du zum Ausdruck bringen, dass du mehr Konstanz in deinem Leben benötigst? Jetzt funktioniert es wieder, ja. Vielleicht. Das ist ein Problem deiner vorinvasorischen Erziehung. Ich werde das mit der Optimierungsabteilung absprechen. Begib dich bitte in soziale Interaktion mit einem anderen Menschen. Ja, es sei. Sozialkontakte bis 11 Uhr. 11 Uhr bis 12.30 Uhr theoretische Bildung. Diesmal mit wachem Geist und ohne Leila. 12.30 Uhr bis 13 Uhr Nahrungsaufnahme. Ausgewogener Ernährungsplan. In meinem Fall Nahrhaft und Eiweißreich, denn ich habe 0,8 Kilogramm Untergewicht. 13 bis 14 Uhr Entspannungsphase und 14 bis 15 Uhr Sport. Leichtathletik aktuell. Dann theoretische Bildung die zweite, Nahrungsaufnahme, Optimierung. Oh ja, ja. Optimierung. Diesmal zum Glück ohne neuen Diätplan. Den ändern Sie nämlich gefühlt alle drei Tage, je nachdem, ob ich gerade 0,8 Kilogramm Untergewicht habe oder nicht. Oh ja, und dann, aber diesmal, da komme ich davon. Und dass ich die Hälfte der Zeit nicht zugehört habe, das haben Sie auch nicht gemerkt. Dann Sozialkontakte die zweite, Nahrungsaufnahme, 15 Minuten Wegstrecke zur Unterkunft. Einmal um den Block, zweimal, dreimal, achtmal. Tür zu, eine Minute Pinkelpause. Meine Gitarre lächelt mich unter dem Bett hervor an und es ist schön, dass ich sie habe. Und damit das auch so bleibt, warte ich nicht auf die mitteilende streichinstrumentale Aufforderung aus Richtung meines Handgelenks, sondern schlurfe direkt zur Monitorkapsel, gerade neben meiner Badezimmertür, knapp drei Meter vom Bett und damit von meiner Gitarre entfernt. Ich schließe meinen Tracker direkt an die Elektronik an. Leise, psychodelische Summtöne erklingen. Wahlgesänge, vielleicht. So, hier bin ich also, denke ich, sage ich. Willkommen zum Selbststudium. Hi, bist du derselbe Retter wie gestern Abend? Ja, aber das hat keine Relevanz. Bitte wähle ein landschaftliches Hintergrundmotiv. Auswahl anzeigen. Nein, bitte nicht. Ich weiß schon, ich nehme die Niagarafälle. Die Niagarafälle wurden als Hintergrundmotiv registriert. Brauchst du noch einen Moment, Leo? Oh ja, bitte. Dann verlangsame deine Atmung. Vier Sekunden lang einatmen. Sieben Sekunden lang ausatmen. Ein, aus. Wiederhole dies noch weitere fünf Male. Die gespeicherten Notizen werden abgerufen. Ein, aus. Und ein, aus. Haben deine Muskeln sich entspannt? Ja. Also, sage ich, das kann ja schließlich niemand nachprüfen. Und bevor ich hier jetzt noch minutelang rumatne und die Niagarafälle anstarre und dabei versuche, irgendwie Krampf auf meine Muskeln zu entspannen. Bist du bereit, die gespeicherten Notizen abzufragen? Ja. Nach wie vielen Jahren ist mit dem Aufbau einer soliden Mikroflora in der aktuellen Region zu rechnen? Nach sechs Jahren. Richtig, Leo. Nach sechs Jahren vom heutigen Zeitpunkt an gerechnet. Sehr gut. Und was ist die korrekte Antwort, wenn wir ab dem Startzeitpunkt des Programms zur Rettung des Planeten rechnen? Nach achteinhalb Jahren. Richtig. Das Programm zur Rettung des Planeten ist ein halbes Jahr nach Invasionsabschluss in die aktive Phase getreten. Gut gemacht, Leo. Ganz bemerkenswert. Zusatzfrage. Was ist das erklärte Hauptziel des Programms zur Rettung des Planeten? Den Klimawandel aufzuhalten. Richtig, Leo. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, die Frage stellt ihr mir jeden Abend. Und du hast diese Frage in den letzten 365 Tagen in 99,73 Prozent aller Fälle richtig beantwortet. Weiter so. Sehr gut. Vorbildlich. Ja, Wahnsinn, denke ich. Krass. Leo, echt du Genie. Du Megatalent. Na los, gib mir noch mehr. Ja, noch mehr Superlative. Das ist ja echt wie früher. Also zum Beispiel, als ich das Seepferdchen gemacht habe oder so. Meine Mutter am Beckenrand. Ja, Leo. Gut. Weiter so. Das schaffst du fantastisch. Grandios. Oberaffen. Geil. Goal. Goal. Geil. Boah, Leo, Leo. Du bist so perfekt. Oh, Leo. Wenn es dich noch nicht gäbe, ja. Ich würde dich hier auf der Stelle gebären vor lauter Begeisterung. So oder so ähnlich. Und ich währenddessen, halb am Ersaufen, Röchel, 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 Spuck, Spuck, Spuck. Und der Bademeister, der steht schon in den Startlöchern, um mich rauszuziehen. Geschafft habe ich es. Mit Mühe und Not. Aber Mutti, er fand mich trotzdem ganz herausragend. Und jetzt, jetzt bin ich schon beim messbaren 99,73% Korrektheit. Was für eine Steigerung. Auf eine Frage, die mir jeden Abend gestellt wird. Was ist das erklärte Hauptziel des Programms zur Rettung des Planeten? Den Klimawandel aufzuhalten. Boah. Richtig, Leo. Wahnsinn. Mutti ist zwar nicht mehr da, aber dafür lobt mich jetzt ja so ein Chor von Metallstimmen in den Himmel für die richtige Antwort. Das ist genial. Bahnbrechend. Hey, lasst mich raten. 150-jährige Menschenforschung hat vermutlich ergeben, dass Menschen durch Lob total gut zu motivieren sind. Ja, wenn irgendwas, was total übertrieben ist, vor den Rettern in voller Ernsthaftigkeit immer und immer wieder durchgezogen wird, dann hat das meistens genau den Grund. 150-jährige Menschenforschung hat ergeben, dass die 27% Fehlerquote, ja, die kann ich übrigens erklären, 0,27%, 27 war hart. Die 0,27% Fehlerquote, die kann ich best erklären. Also ich wollte halt schauen, was passiert, wenn ich meine falsche Antwort gebe. Naja, das habe ich dann eine ganze Woche lang meine gesamten Theoriestunden und das sind immerhin fünf mal drei in Klimawandelkursen absitzen müssen. Und alle anderen Mitstudierenden, die da saßen, ja, solche geistigen Tieflieger, also in der vorinvasorischen Zeit waren das bestimmt die, die gedacht haben, wenn es im Sommer regnet, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein mit der Erderwärmung. Ja, ich war wohl der Einzige von denen, der nur deshalb falsch geantwortet hat, weil er sich vor dem ganzen Grobe und Gepreise einfach total provoziert gefühlt hat. Ja, 0,27% und eine ganze Woche Verzweiflung hat mir das eingebracht. Mach ich nicht wieder. Oder vorinvasorische Erdgeschichte 1. Oh, verdammt, nicht schon wieder. Ja, beschissene Gedanken. Beschissene, wandernde Gedanken. Wir sind jetzt wieder nicht rechtzeitig zurückgekommen ins Hier und Jetzt und in diese kleine Monitorkapsel. Vorinvasorische Erdgeschichte 1. Für vorinvasorische Erdgeschichte 1 als Waldokumentation entschieden. Ja, klar, was sonst. Die anderen Möglichkeiten, die habe ich ja auch überhört. Und genau das, das sollt ihr ja nicht merken, denke ich. Bestätige die Auswahl vorinvasorische Erdgeschichte 1. Ja, Herrgott. Dauert der Dokumentation 45 Minuten. Verbleibende Zeit bis zum Ende des Selbststudiums 45 Minuten. Ja, und mein Sitz, der streckt sich unter mir in den 180-Grad-Winkel und er ruckelt leicht und eine Fahrtwind-Simulation beginnt mir um die Nase zu wehen, wenn das nicht Erlebnispädagogik ist hier. Ja, und einschlafen werde ich ganz bestimmt nicht. Nicht, wenn 150 Jahre Menschenforschung sich ausgezahlt haben. Denn dann bin ich jetzt nicht müde. Es ist 20.15 Uhr und ich bin wach. Und mein Energielevel ist genau auf der richtigen Höhe. Ich bin bereit! Wir schreiben das Jahr Zu diesem Zeitpunkt hat das Planetensterben in verschiedenen Teilen des Universums sein Zenit erreicht. Es verläuft stets nach dem gleichen Schema. Eine erste und häufig einzige vernunftbegabte Spezies, kurz VBS, etabliert sich. Deren evolutionäre Entwicklung verläuft in rasendem Tempo und mündet zunächst in ihre Selbstzerstörung. Als Ursache hierfür ist das Paradoxon 7-9-ES zu sehen. Leo, was besagt das Paradoxon 7-9-ES? 7-9-ES, die Begabung zur Vernunft impliziert in einer neu entstandenen Spezies zunächst nicht die Fähigkeit, sich als Teil des bewohnten Planeten und als Teil einer längeren planetaren Entwicklung zu begreifen. Ganz genau! Aus diesem Grund führt die Vernunftbegabung nicht zu einer vernünftigen Entwicklung, sondern in letzter Konsequenz zur Zerstörung des Planeten. Diese verläuft in bislang 100% aller Fälle nach dem gleichen Schema. Die VBS lernt in einem Prozess der Industrialisierung Energie zu erzeugen und für sich nutzbar zu machen. Aufgrund von 7-9-ES schenkt sie dabei dem Erhalt der planetaren Atmosphäre keine Beachtung. Diese erwärmt sich derart, dass der Planet für die VBS und ca. 80% der sonstigen Fauna und Flora unbewohnbar wird. Aber warum führt dieser Prozess in letzter Konsequenz zur Zerstörung des Planeten? Leo? Äh, was? Erzähl mir bitte etwas zum Prozess der Digitalisierung. Achso, ja, natürlich, Digitalisierung. Also auf Industrialisierung folgt Digitalisierung und die VBS erschafft in diesem Rahmen eine andere vernunftbegabte Spezies, eine künstliche Intelligenz, kurz KI. Und diese KI ist dann selbsterhaltend, anorganisch und kann nicht aussterben. Und da diese digitale VBS nach dem Vorbild der organischen VBS konstruiert ist, ist sie ebenfalls dem Paradoxon 7-9-ES unterworfen und setzt nach dem Aussterben der VBS deren Kurs fort. In letzter Konsequenz wird der Planet zerstört. Im Jahr 1800 Humanzeitrechnung ist dieser Zerstörungsprozess auf den letzten größeren bewohnbaren Planeten des Universums Carnouts und SOL 994 abgeschlossen. Die kleine Erde verbleibt als einziges lebensfähiges Biotop des Universums. Zu diesem Zeitpunkt ist die Menschheit als VBS des Planeten Erde bereits etabliert und in den Prozess der Industrialisierung eingetreten. Erwägungen, die Menschheit zum Schutz der Erde direkt prophylaktisch auszulöschen, werden aus Atemschutzgründen verworfen. Stattdessen soll zunächst versucht werden, die Erde von innen heraus zu reformieren. So wird bereits 1892 HZ erstmals ein Wissenschaftler installiert, welcher vor den Folgen einer Atmosphärenerwärmung durch vermehrten Ausstoß von Treibhausgasen warnt. Ende der Dokumentation Vorinvasorische Geschichte 1 Universalgeschichte Einordnung Irdische Geschichte bis 1900 HZ Nächste Dokumentation Vorinvasorische Geschichte 2 Erdengeschichte von 1900 HZ bis zur Invasion im Jahr 2025 HZ Vormerken für morgiges Selbststudium Ja, okay Heißt das, jetzt sind wirklich schon 45 Minuten rum? Vorgemerkt Vorgemerkt Und ich? Ich klettere erschlagen aus meiner kleinen Kapsel Es ist 21 Uhr 21 Uhr bis 21.30 Uhr Körperhygiene Extended Version Ich würde ja lieber morgens duschen, aber das ergibt ja wenig Sinn, habe ich mir erklären lassen Shampoo Handtücher Pickel quetschen Fingernägel schneiden Rasieren Chem Body Lotion Jogginganzug Es ist 21.30 Uhr Ich habe keinen Bock mehr auf meine eigenen Gedanken Und das war der erste Text Dankeschön Nur minimale technische Fehler Ich hoffe, das war zu verschmerzen Hi Auf jeden Fall war es das Das war ja ganz spannend Das war ja schon inszeniert quasi von dir, oder? Ja Das ist halt immer so die Sachen mit Theatertexten Beziehungsweise was ich gerade sagte Also es ist ohnehin immer ein bisschen schwer, das alleine zu lesen Deshalb der große mediale Aufriss hier Ich habe aber tatsächlich auch eine ganze Weile als Schauspielerin gearbeitet Da fällt es mir auch immer schwer, Sachen ganz normal zu lesen Und deshalb mache ich es dann halt so Ja Also das ist jetzt ein Stück, was du fürs Theater geschrieben hast Genau Und ist es fertig? Jetzt ist es noch nicht fertig Es sind ungefähr drei Viertel fertig, würde ich mal behaupten Allerdings noch so ein bisschen ungeordnet Ich hoffe eigentlich selber, dass ich es so in ungefähr einem Monat fertig habe Und was passiert dann mit so einem Text? Also wir Ich frage einfach mal als ganz neugierig Also wenn du jetzt diesen Text fertig hast, schreibst du den im Auftrag? Schreibst du den für dich? Hast du Was hast du für eine Idee, was danach mit dem Text passiert? Ja Also es ist unterschiedlich, je nach Text Das hier jetzt ist kein Auftragswerk in dem Sinne gewesen Also es ist so, dass irgendwie In meinem Kopf hatten sich so einzelne Puzzleteile zusammengesetzt Und da ist dann eben diese sehr dystopische Gesamtidee herausgekommen Und als die Idee stand und ich so den ein oder anderen Monolog geschrieben hatte Habe ich was gemacht, was ich normalerweise nicht mache Ich habe ein befreundetes Theater angerufen Das war die junge Bühne Ulm tatsächlich Und habe gefragt, ob sie Lust haben, das mit mir zusammen umzusetzen Das war für mich super, weil ich dadurch gleich so ein Feedback beim Schreiben halt irgendwie hatte Und gerade dieser Bühne vertraue ich tatsächlich ziemlich Also da weiß ich, dass wir den gleichen Kurs fahren Ja, dementsprechend Das wird wahrscheinlich jetzt eine Kooperation mit denen Und ja, also wenn der Text fertig ist Da der ja eben nicht im Auftrag oder so geschrieben worden ist Ist danach dann der erste Weg eigentlich der in den Verlag Also das gebe ich dann meinen Verlegern weiter sozusagen Dann wird das verlegt Dann kriegen Theater das angeboten Von dem Verleger oder suchen sich den Stoff irgendwo Suchen nach neuen Stoffen Ja, also dann streite ich mich zwei Wochen lang mit meinen Verlegern über die Korrekturen Und wenn wir damit fertig sind Dann wird das ins Verlagsprogramm aufgenommen Und ja, jetzt ist es unterschiedlich Also das wird schon vom Verlag aktiv Theatern angeboten Also wo der Verleger eben denkt, das könnte passen Es ist aber natürlich auch so, dass die Theater sich Stoffe suchen Also sei es auf den Homepages, sei es auf den Katalogen Die halt auch immer verschickt werden Sei es, weil sie das zufällig im Livestream von Nordkolleg live gesehen haben Und denken, den will ich für die übernächste Spielzeit auch unbedingt haben Und das ist dann der Punkt, wo es eben das erste Mal so richtig, richtig veröffentlicht wird Weil Theatertexte ja im Gegensatz zu Prosatexten Ja, immer so einen mehrstufigen Veröffentlichungsprozess haben Also das landet ja am Ende auf einer Theaterbühne Und erst dann ist es fertig, so in dem Sinne Also so richtig fertig, fertig ist ein Theaterstück vorher eigentlich nicht Einfach nur, weil es ein Gesamtkunstwerk ist Zusammen mit ganz vielen anderen Theaterschaffenden, die alle noch nach mir kommen Ja, also da passiert ja auch künstlerisch noch was mit dem, was du dann abgibst, oder? Du hast ja was fertig geschrieben und du weißt nicht, was damit anschließend passiert Jetzt hast du ja schon so, also diese Beats, die da drunter lagen, diese Musik Also du hast ja auch inszenatorische Vorstellungen davon beim Schreiben Oder steht dann da in der Regieanweisung Jetzt möge bitte die und die Musik gespielt werden Während dieser Phase, dieser Lernphase Seltenst Also in diesem Fall ist das jetzt deshalb inszeniert, weil ich es hier lesen musste Und das muss ich halt irgendwie machen Und da dachte ich, dann machen wir das doch mal so, dass es ein bisschen spannender wird irgendwie Ich habe aber ganz ehrlich vorher nicht drüber nachgedacht, wie man das machen könnte Damit habe ich erst angefangen, irgendwie vor ein paar Tagen, als ich eben angefangen habe Nicht nur den Text, sondern auch die Lesung selber vorzubereiten Ich denke da auch sowieso relativ wenig drüber nach Also auch so im Vergleich zu anderen Theaterautorinnen, wie man so hört Also ich kann mich da tatsächlich sehr aufs ausgeschriebene Wort konzentrieren Also ich mache mir ziemlich wenig konkrete Vorstellungen Ich schreibe auch tatsächlich mit ganz wenig Regieanweisungen Also eigentlich versuche ich immer alle rauszustreichen Und dann schaue ich am Ende, okay, wo versteht man das jetzt nicht mehr Und an diesen wenigen Stellen setze ich wieder was rein Lässt du das rückkoppeln? Also guckt auch der Verleger hin, ist das verständlich? Oder gibst du das irgendwen in deinem Umfeld zum Lesen? Ja, ich schulde diversen Leuten in meinem Umfeld Gerade noch eine Flasche Wein, weil sie ständig mein Stücke gelingen lesen haben in letzter Zeit Schöne Grüße, falls die gerade entweder anwesend sind oder im Livestream hängen Ja, also ich lasse solche Sachen eigentlich immer gegenchecken Der Verlag macht das sowieso, weil es halt letztendlich zu deren Job gehört Die machen das Endlektorat, bevor das Ganze eben wirklich in die Öffentlichkeit geschossen wird Und bestellbar ist Ich persönlich mag es aber eigentlich immer sehr gerne auch so im Prozess Mir immer mal Rückmeldungen zu holen Also ich habe da so einen kleinen erlesenen Korrekturleserkreis Bei dem ich mich immer ganz gut darauf verlassen kann Dass die vermutlich gute Rückmeldungen geben Also ich stimme damit halt nicht immer überein Aber wenn zwei verschiedene Leute über irgendeine Stelle sagen Das funktioniert nicht, dann ist wahrscheinlich was dran Und dann gucke ich nochmal drüber Also an der Stelle übrigens auch vielen Dank an meinem Vater Der gehört häufiger mal zu diesem Kreis der Korrekturleser Ja, deshalb baust du sicher auch ab und zu mal autobiografische Szenen ein Wie diese Freischwimmer-Szene, die du da eingebaut hast vorhin Nicht nur hier, das kommt auch noch in den anderen Texten Verstehe Du kennst das Theater ja so ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven Also dann wird das Stück jetzt gekauft Von einer Intendantin oder einem Intendanten Oder einem Schauspieldirektor oder Schauspieldirektorin Und was passiert dann damit am Theater? Im besten Fall fangen sie dann an, das in der nächsten Spielzeit zu proben Davor wird es aber noch dramaturgisch überarbeitet Also dann, das ist sozusagen der nächste Schritt nach dem Verlag Dann kommt die Dramaturgie und schaut sich das Stück auch nochmal an Und fertigt eine Strichfassung an Also bei den meisten Stücken fliegt echt noch einiges raus Bevor das Theater es dann auf die Bühne bringt Offen gesagt gerade bei meinen Stücken Die sind nämlich zum Leid meines Verlegers eigentlich immer zu lang Das ist aber was, was ich auch so ein bisschen absichtlich mache Persönlich jetzt, weil ich das eigentlich ganz gerne mag Wenn Theater auf diese Art das Ganze nochmal selbst interpretieren können Also durch ihre Striche Dann ist da also die Dramaturgieabteilung Als nächstes geht es dann sozusagen an den Regisseur, die Regisseurin Die dann eben möglicherweise ein Inszenierungskonzept erstellen Oder manchmal auch völlig planlos an die Sache rangehen Und ja, die nächste interpretierende Instanz sozusagen Ist dann eben die Schauspielerin, der Schauspieler Hast du da Menschen im Kopf oder Typen, wenn du sowas schreibst? Wie würdest du den Leo besetzen? Typen schon Also ich meine, so ein paar winzige Sachen gibt der Text ja vor 0,8 Kilogramm Untergewicht, 17 Jahre alt, sowas Meinetwegen können die aber auch 30 Kilo Übergewicht machen Wenn sie da den passenden Schauspieler für haben Also da hänge ich jetzt wirklich nicht an jedem einzelnen Wort Ansonsten Wie soll man sagen? Also ich habe gerne Menschen im Kopf, die ich kenne Oder eher so ein Mix aus verschiedenen Menschen, die ich kenne Da nenne ich jetzt aber keine Namen Ja, ich wollte gerade fragen Wissen die, dass sie da drin vorkommen in deinen Stücken? Manchmal merken sie es Aber das Schöne ist halt, also ich mache das wirklich selten Dass ich irgendjemanden eins zu eins übernehme Sondern ich puzzle eigentlich immer aus unterschiedlichen Menschen zusammen Und dann erkennen die sich vielleicht mal in einem Zitat wieder oder so Wenn es prekär wird, frage ich vorher um Erlaubnis Aber so oft ist das noch nicht passiert Und dann hast du ja, du hast schon mal erzählt im Gespräch Dass du auch schon mal ein Theaterstück von dir dann gesehen hast auf einer Bühne Was ist das für ein Gefühl, wenn man da hinfährt und weiß, jetzt kommst Oder bist du vorher schon mal eingeladen worden zu proben? Oder? Also eingeladen worden bin ich zu proben schon mal Bin aber nicht hingefahren Das lag aber in erster Linie daran, dass es das andere Ende Deutschlands war Und ich das Gefühl hatte, die laden mich nur ein, weil sie glauben, es ist höflich Und vielleicht möchte ich nochmal was dazu sagen Und das Bedürfnis hatte ich eigentlich gar nicht so sehr Also wenn sie nicht explizit sagen, wir brauchen dich Dann gehe ich davon aus, die kriegen das schon ohne mich hin Und bei den Sachen, die ich dann gesehen habe, war ich vorher in erster Linie einfach total neugierig Einfach nur, weil es, wie gesagt, so ein mehrstufiger Prozess ist Das hier ist ein Grundstein, ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt Und deshalb ist es halt immer super spannend, dann irgendwie so die Premiere von so einem eigenen Stück zu sehen Und dann, wie soll man sagen Also ich sehe das eigentlich immer relativ distanziert von mir selber Also mal ist es eine großartige Inszenierung Dann sitze ich da teilweise und bin, naja, zu Tränen gerührt Und das ist mir wahnsinnig peinlich, von meinem eigenen Text zu Tränen gerührt zu sein Aber eigentlich bin ich es ja von der Inszenierung Es ist auch schon vorgekommen, dass ich das Ergebnis nicht gut fand Das war aber, wie soll man es sagen Also da hätte auch das Stück von jeder anderen Autorin stehen können Und ich hätte eine ähnliche Einstellung dazu gehabt Ich hätte auch gedacht, ja schade, dass sie es nicht gut umgesetzt haben Aber ich habe es jetzt nicht persönlich genommen oder so Das gehört halt auch irgendwie zur Theaterarbeit dazu Ja, und hast du, das ist ja jetzt ein Kammerspiel wahrscheinlich Wir kennen ja noch nicht mehr als das, was wir jetzt gehört haben Die letzten 35 Minuten Oder kommt da gleich noch eine Invasion von x Schauspielern Und das ist eigentlich für eine ganz große Bühne geschrieben Genau, das ist dann die Invasion der nächsten Alien-Truppe Die außergalaktisch auch noch eintreifen möchte Also es funktioniert auf jeden Fall als Kammerspiel, denke ich mal Ob man das dann als Kammerspiel machen will, ist nicht meine Sache Also ich habe das auch schon passiert, dass ich ein Stück geschrieben habe Was jeder als Klassenzimmerstück gesehen hat Nur eine Bühne hat es dann auf die große Bühne gesetzt Und das sah auch toll aus Also es ist nicht meine Entscheidung Ja, spannend Und hast du eine Idee, wann es auf der Bühne zu sehen sein wird? Ja, also da muss man jetzt die junge Bühne Ulm fragen Ich weiß es wirklich nicht Also das hat mit unterschiedlichen Sachen zu tun Mit der Länge von dem Arbeitsprozess Sowas hat auch gerne mal mit Fördergeldern zu tun Ich hoffe persönlich ein bisschen auf die Spielzeit Nach der jetzt beginnenden Spielzeit sozusagen Aber dafür gibt es keine Garantien Ja, sagst aber Bescheid, wenn es soweit ist Ja, aber selbstverständlich Ja, sehr schön Gut, dann gehen wir damit jetzt in die Pause Und dann freuen wir uns auf den zweiten Teil Von dieser Abschlusslesung der Stadtschreiberei Erstmal dir herzlichen Dank schon mal Ja, danke auch Ja, das war jetzt der erfolgreiche Versuch Mich weg von den Privatgesprächen zurück hier hinzubringen Gut, es wird jetzt einmal kurz klingeln Während ich meine Technik hier wieder zum Laufen bringe Hat gar nicht geklingelt, auch nicht schlecht Hör mal So, jetzt läuft es wieder, sehr schön Ja, dann würde ich mal sagen Steigen wir doch mal mit dem zweiten Text ein Dieser Text ist ein Ausschnitt aus dem Stück Was ich hier tatsächlich ganz fertiggestellt habe Ich habe es eben schon erwähnt Das hat mich anderthalb Jahre lang begleitet Das ist eine sehr lange Zeit gewesen Ich habe mich auch ganz schön dran aufgerieben Ich habe es nie bereut, es angenommen zu haben Das war tatsächlich nämlich mein Auftragswerk Dieses Stück besteht eigentlich aus neun Theaterstücken in einem Deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert Und da ich in diesem Fall nicht am Stück Beginn einsteige Finde ich es wichtig, nochmal vorher ein paar Worte zu dem Stück zu sagen Weil man es eben möglicherweise nicht aus sich heraus versteht Und ja, diese Worte über das Stück würde ich gerne einer Figur aus dem Stück belasten Nämlich Professor Dr. Harald Widukind Der zu einem späteren Zeitpunkt des Stückes als Theaterkritiker sozusagen, Literaturkritiker auftaucht Und dieses Stück im Laufe dessen zusammenfasst Orlando Sternchen, so heißt das Stück Orlando Sternchen ist ein Stück über magische Transformationen und zwischenmenschliche Beziehungen Über Identitätssuche und Schwierigkeiten mit der eigenen Geschlechterrolle In erster Linie aber ist es am Stück über ein großes literarisches Vorbild Den Roman Orlando von Virginia Woolf Wir verfolgen zunächst den jungen Adeligen Robert von Balsa Der nach einer gescheiterten Romanze, nach siebentägigem Schlaf Nicht nur, wie in Virginia Woolfs Original In einem weiblich gewordenen Körper Sondern in einem völlig anderen Leben Nämlich dem Leben seiner besten Freundin erwacht Von hier an ist die Orientierung an der Vorlage eher marginaler Natur Unser Protagonist schlüpft nacheinander In die Körper einer Transsexuellen, eines braven Ehemanns mit geheimen Fantasien Einer Soldatin, eines erfolgreichen Intendanten und Regisseurs Und daran anschließend noch in diverse andere Leben Jede Episode bietet eine situativ gehaltene Erzählung Mit dem gemeinsamen Thema Geschlecht und Geschlechtlichkeit Sodass wir es am Ende mit neun Theaterstücken in einem zu tun haben Orlando Sternchen ist zudem ein sehr ausführliches Werk Dies möchte ich mit großem Verständnis für die Autoren Jedoch nicht ohne ein gewisses Seufzen bemerken Ja, das ist die Inhaltsangabe von Professor Dr. Harald Widokind Ähnlichkeiten zu Karasek sind rein zufällig Ja, ich weiß nicht, wie viele der hier anwesenden Menschen Auch im Stream den Roman Orlando von Virginia Woolf kennen So grob gesehen ist er ja hier in der Zusammenfassung schon mit drin gewesen Also Orlando verfolgt sozusagen über 400 Jahre, sind es glaube ich 300, 400 Jahre hinweg Die Lebensgeschichte einer einzelnen Person Diese Person beginnt die Geschichte als 16-jähriger junger Mann Und beendet die Geschichte als, ich glaube, 32-jährige Frau Also zwischendurch wechselt diese Person ihr Geschlecht Das ist was, was bei Woolf jetzt gar nicht groß als Wechsel, als Magie thematisiert wird Sondern es geht wirklich einfach in erster Linie um die Geschlechterrollen Und um die Konsequenzen, die sich rein gesellschaftlich aus diesem Geschlechterwechsel ergeben Und das Stück beginnt halt im elisabethanischen Zeitalter Und endet 1927, glaube ich Also auf jeden Fall, diese Figur altert nicht relevant Und es ist im Original natürlich kein Stück, es ist ein Roman Das hier ist jetzt in dem Sinne keine Literaturadaption Sondern es ist wirklich einfach ein Stück, was auf Motiven von Virginia Woolf's Orlando basiert Daraus würde ich jetzt gerne die zweite Episode lesen Also sozusagen das zweite von den neun Theaterstücken Den jungen Adling, Robert von Balser, sind wir zu dem Zeitpunkt gerade schon losgeworden Und wir steigen sozusagen mit dem Erwachen im Körper seiner besten Freundin ein Was sich vorher oder kurz vorher abgespielt hat Ist, dass Robert eben absolviert worden ist von seiner großen Liebe Und in einem Anflug von großer, großer Dummheit Sich zu trösten versucht hat Indem er seine beste Freundin geküsst hat Was diese rigoros zurückgewiesen hat Ja Dann finde ich jetzt nochmal ganz kurz meinen Anfang Da ist er auch schon Gut Ah ja Es gibt neben der besten Freundin Ola eine Erzählerfigur Die ich jetzt notgedrungen mitlesen muss, weil ich keine Erzählerfigur hier habe Erzählfigur In jener Nacht schläft Robert als gebrochener Mann ein Sein Herz gebrochen, dank dieser verfluchten Akrobatin, die er zu seiner großen Liebe erkoren hat Und die er innerhalb von zwei Wochen gewonnen und wieder verloren hat Sein Stolz gebrochen, dank dieser verfluchten Freundin, die nicht einmal außergewöhnlich gut aussieht Und sich trotzdem herausgenommen hat, ihn zurückzuweisen Niemals, niemals wieder einer Frau vertrauen So denkt Robert sich beim Einschlafen Nein, nein, niemals überhaupt auch nur wieder Umgang mit einer Frau haben Gleich morgen würde er sich im Klassenzimmer von Ola wegsetzen Sollte sie doch sehen, was sie von ihrer Überreaktion hatte Und die Liebe Die Liebe, die war hiermit für alle Zeiten gestorben Und erfüllt von Weltschmerz schläft Robert ein Langsamer als sonst Tief Immer tiefer Wodurch die nun folgenden Ereignisse ausgelöst werden Ja, wenn man Robert später fragen würde, dann würde er nur gleichmütig mit den Schultern zucken Das Unerhörte kommt häufig in einer solchen Kleinheit daher Dass man schnell aufgibt, es zu hinterfragen Sie mögen einwenden, dass ich hier ja die autoriale Erzählerin bin Und dass ich deshalb doch wissen müsste und erklären solle Jedoch Mir obliegt auch die Freiheit, etwas nicht zu wissen Das hier weiß ich nicht Das hier möchte ich nicht wissen Denn hier soll eine andere Geschichte erzählt werden Eine Geschichte, die nicht mehr die Geschichte von Robert von Balser ist Robert erwacht als Ola Nach einem kurzen Moment der Benommenheit greift sie nach ihrem Handy 10 Uhr 37 neue Nachrichten Es ist zu spät Und mein Kopf Dieser Druck Dieser Druck auf den Ohren 37 neue Nachrichten 37 neue Nachrichten Ola liest Ich bin sicher angekommen Jetzt zwei Tage Pause Melde dich, wenn was ist Papa Wo bist du? Ey, niemand weiß was von dir Jetzt melde dich doch mal Dann muss ich mir Sorgen machen Ist was passiert, Süße? Du wolltest mich doch heute in der Pause treffen Von Carolin Wer ist Carolin? Ach so, ja Natürlich Carolin Carolin aus dem Chemiekurs Wieso schreibt die mir? Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich, weil sie meine Unterlagen für die Klausur will Ja, klar, natürlich Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn Die ist besser in Chemie als ich Süße Süße Vom 28. Mai Nächste Konversation Warum warst du denn heute nicht da? Du weißt schon, dass wir die Kampagne heute planen wollten, oder? Das finde ich scheiße 28. Mai Wie sieht's aus? Bist du jetzt bei der Organisation dabei oder nicht? Vom 29. Mai 18.05 Hallo 19.30 Boah, ich hasse diese Scheiß-Unzuverlässigkeit in politischen Gruppen Bist du da mir jetzt auch schon angesteckt, oder was? 19.55 Von Anke Natürlich, ja klar, die Kampagne Ach klar, die verdammte Kampagne Also welche Kampagne? Ja, natürlich die Kampagne mit der Gleichbezahlung Klar, natürlich Ja, aber woher weiß ich von dieser Kampagne? Na, ja, ich hab das doch schon seit einer Woche vorbereitet Klar Das muss ich ihr sagen Das muss ich Anke sagen Okay Nächste Konversation 28. Mai 17.15 Wo bist du? 22.50 Ich kam mir ganz schön blöd vor So allein vor der Bäckerei Rennst du jetzt doch wieder weg Wo du nicht mit diesem Robert reden kannst 30. Mai Hättest du zumindest mal antworten können Irgendwas 1. Juni Du fehlst mir Und ich mach mir Sorgen Und ich mach mir Sorgen um dich Hast du Stress mit deinem Vater Dass du dich nicht meldest Aber der kommt doch eigentlich erst nächste Woche wieder zurück, oder? Von Amina Nein Nein, das ist falsch Der kommt nicht am Wochenende zurück Der ist mindestens noch eine weitere Woche lang in London, Amina Aber wer bist du? Und woher weißt du überhaupt, dass mein Vater zurückkommt aus Polen? Natürlich, natürlich Klar, ich hab's dir erzählt Letzte Woche nach dem Plenum Weißt du, was das jetzt für ein Plenum ist? Vielleicht hätte ich da doch irgendwann mal mitgehen sollen Wie lange ist das jetzt her? Welchen Tag haben wir heute? 3. Juni Und gestern war der 27. Mai Ja, ist klar Das ist heute der 3. Juni Ich hab ja verschlafen Und ich hab so einen Durst Wo ist meine Wasserflasche? Die steht doch sonst immer hier direkt Auch wenn der jetzt nicht mal mein Nachttisch Wo ist mein Nachttisch? Ich will gar nicht drüber nachdenken Ich muss mich gleich noch bei Amina melden Die macht sich sonst noch wirklich Gedanken Eine neue Sprachnachricht Von Hör mal Es tut mir leid, okay Du hattest recht War eine Scheißaktion Aber ich hab mich halt einfach verloren gefühlt Und jetzt fühl ich mich noch viel verlorener Weil du ja nicht da bist Komm zurück Die Lehrer fragen auch schon die ganze Zeit Und ich hab behauptet, dass du krank bist Aber ich kann das ja nicht ewig behaupten Wenn du dich nicht selber abmeldest Ich mach mir jetzt echt auch ein bisschen Sorgen Hätte nicht gedacht, dass dich das so mitnimmt Und ich mein Ich wollte dich jetzt echt nicht verletzen Ich war nur selber grad so verletzt Und wenn wir mal reden wollen Also ich meine Über unser Verhältnis oder so Dann können wir das vielleicht mal machen Wenn du zurückkommst Entfangen Vor zwei Minuten Von Robert von Balser Nicht drangehen Was ist hier los? Und warum sind meine Augen so verkrustet? Das kann doch nicht nur vom ganzen Weinen kommen Von den ganzen Tränen, die ich geweint habe Um Polina Davidoff Das habe ich doch schließlich gleich gewusst Dass das mit der nichts wird Es verkrustet Können doch überhaupt keine Augen sein Jedenfalls nicht vom Weinen Und die Lippen Die fühlen sich an wie Sandpapier Und mein Kopf Der bringt mich um Und ich will meine Wasserflasche Und ich muss so dringend pinkeln Oh Gott Oh Gott Oh Gott muss ich pinkeln Ich musste glaube ich noch nie in meinem Leben So dringend pinkeln Ola schlägt die Decke zur Seite Und blickt auf ihren weiblich gewordenen Körper Erzählerfigur Vielleicht Wäre Robert von Balser Ein Mensch Der in der Konfrontation Mit dem Unerhörten In Geschrei ausbricht Aber das hier ist nicht mehr die Geschichte Die Geschichte von Robert von Balser Das hier ist die Geschichte Von Ola Kaczmyrczak Und neben der unbedeutenden Tatsache Dass Ola generell von pragmatischerem Wesen ist Als Robert Ist sie so beschäftigt damit Die Erfahrungen aus zwei verschiedenen Leben In ihrem Kopf zusammenzubringen Dass die Veränderung ihres Körpers Fast schon beiläufig Zur Kenntnis genommen wird Zudem ist der Harndrang mittlerweile so stark Wie Harndrang wohl nur sein kann Nachdem man seit knapp einer Woche Das Bett nicht verlassen hat Und so bricht Ola Kaczmyrczak Nicht in Geschrei aus Sondern verschwindet auf die Toilette Vielleicht hätte Robert von Balser In dieser Situation noch gar nicht geschrien Woher wollen wir das schon wissen? Ola kommt zurück Vor dem Spiegel So ist das jetzt also Ja Ja Es passt Es ist komisch Ich weiß überhaupt nicht Was mein Problem ist So schlecht sehe ich doch gar nicht aus Oh Oh Das ist spannend Ich wusste ja gar nicht Dass Frauen so andere Reflexe haben Und das mit dem Verlagerten Schwerpunkt Das ist gewöhnungsbedürftig Ja Aber das kann ich ausgleichen Sportlich bin ich ja zum Glück immer noch Nur die Arme Nee Die muss ich trainieren Ganz dringend Es ist kein Wunder Dass Frauen keine zehn Liegestütze schaffen Mit solchen Muskeln Muskelchen Völlig bescheuerte Entscheidung Die Arme bislang nicht zu trainieren Als wäre das tatsächlich Unweiblich Bin ich bloß auf den Gedanken gekommen Ja Und vor allem Wie passt der zu meinen Überzeugungen Dass das binäre Geschlechtermodell Völlig überholt ist Und Oh Mann Das binäre Geschlechtermodell Ist völlig überholt Dass ich so was sagen kann Als Robert wäre mir das niemals Über die Lippen gekommen Und jetzt Als Ola Das binäre Geschlechtermodell Ist völlig überholt Es kommt bestimmt Für den ganzen Feministinnen Im Plenum Ich Sollte mir das Vielleicht besser aufschreiben Ja Ja genau Also nicht Dass ich da was durcheinander bringe Also Ich Ola Katzmirczak Bin hier in der Stadt geboren Meine Eltern Kommen aus der Nähe von Danzig Sind Anfang der 2000er hergekommen Weil mein Vater hier Arbeit gefunden hat Genau Meine Mutter Ist seit acht Jahren tot Ich habe Angst Dass ich den Krebs geerbt habe Tatsächlich Ja Tatsächlich Da ist eine Angst Das ist eine Angst Die mich schon mein halbes Leben lang begleitet Mein Vater Der Vater kommt Freitag wieder Er heißt Adam Und er liebt mich sehr Er ist stolz auf mich Er ist stolz auf meine Schulnoten Mein Aussehen Meine Zielstrebigkeit Und er ist stolz darauf Dass der hochwohlgeborene Robert von Balsa Sich mindestens einmal pro Woche bei uns durchfrisst Und er geht fest davon aus Dass ich ihn irgendwann heiraten werde Ja Und er wäre nicht mehr stolz auf mich Wenn er Oh Mann Ola nimmt ihr Handy Wo ist es? Wo ist es? Du fehlst mir Und ich mache mir Sorgen um dich Du fehlst mir Nachricht von gestern Von Amina 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 2. April Nachricht gesendet an Amina Mirazadi Das war schön mit dir Und du bist wunderschön Ich spüre immer noch Wie du mir in den Nacken pustest Du musst jetzt noch dran denken Dann kriege ich Gänsehaut Nachricht von Amina Mirazadi Ich fand die Nacht auch total schön Schade, dass du so früh losmusstest. Die Schule, Amina. Ich kann doch nicht unentschuldigt fehlen. Also wirklich, in deinem Alter, da haben wir Entschuldigungen gefälscht. Nee, Spaß. Ich bewundere das, wie diszipliniert du bist. Wann sehen wir uns wieder, Amina? Wenn du bereit dazu bist. Was meinst du damit? Nichts. Such dir einen Tag aus. Ich bin frei. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Robert. Du blöder Idiot. 27. April. Konversation mit Amina Merazadi. Hey, Amina. Jetzt gehen wir ins Telefon. Warum warst du nicht beim Plenum? Ich habe mich echt auf dich gefreut. Nächste Nachricht. Amina. Nächste Nachricht. Hallo? Erde an Amina. Ola an Amina. Antwort von Amina Merazadi. Wegen uns. Was? Wegen uns war ich nicht beim Plenum. Okay. Wir können so nicht weitermachen, Ola. Was meinst du mit so? Du machst mir Angst. Sprachnachricht von Amina Merazadi. Boah, ich kann das nicht länger verstecken. Und wenn es rauskommt, ja, was dann? Dann bist du am Arsch. Was sagtest du doch selber? Und die Beziehung zu deinem Vater überlebt dein Outing niemals. Das hast du auch selber gesagt. Sprachnachricht an Amina Merazadi. Ja, und dann? Dann bin ich am Ende noch schuld. Sprachnachricht an Amina Merazadi. Ja, aber das sag ich nicht selber. Von Amina Merazadi? Ja, aber das sag ich nicht selber. Ja, nee. Aber welcome to reality, Baby. Du bist nämlich das Baby. Weißt du? Und ich bin diese erwachsene Erwachsene, die dich gezwungen hat, vor deinen Vater zu treten, als du noch nicht bereit dafür warst. Und am Ende fliegst du zu Hause raus. Und dann bin ich schuld. Und dann beim Plenum, da fühlen mich dann eh alle zum Kotzen. Du bist ja schließlich unser Küken. Und irgendwie für jeden deshalb auch total asexuell. Und dann muss ich gehen. Und weißt du, am Ende ist das auch nicht das Schlimmste, weil ich finde so oder so auch eine andere politische Gruppe. Aber ganz ehrlich, was ist mit dir? Das alles muss von dir kommen. Das alles darf nicht durch mich kommen. Du musst das selber kontrollieren. Sonst wird das eine Katastrophe. Amine, was ist das jetzt für ein Trip? Boah, ja, Mann, ey, scheiße. Ja, ich hab dich gesehen. Mit diesem Typen. Ich wollte dich gestern von der Schule abholen, dich überraschen. Und dann seid ihr da zusammen rausgekommen. Und ja, dann hab ich mich da so versteckt wie so ein Kleinkind. Und weil ich es einfach nicht besser wusste. Ich wusste nicht, ob wir uns kennen dürfen. Und dann habt ihr gelacht und euch in die Seite geborxt. Und ja, ich hab da irgendwie noch ganz hilflos gewartet, ob ich dich irgendwie allein erwische. Aber dann seid ihr zusammen los. Was? Du, das ist mein bester Freund. Da läuft nichts. Ja, das weiß ich. Das weiß ich doch besser als jeder andere. Und genau das ist doch der Punkt. Das weiß sonst niemand. Dein Vater jedenfalls nicht. Siehste, da sagst du nix mehr. Aber ich mein, ist auch okay. Du bist halt einfach noch nicht so weit. Aber ich will nicht der Arsch sein, der dich am Ende noch zwingt. Oh, boah, Robert. Boah, jetzt hör doch endlich mal auf, mich anzurufen, du blöder Wichs. Aber wie dämlich bist du eigentlich? Boah, zum Glück, ja. Zum Glück bin ich nicht mehr du, Alter. Zum Glück. Ola drückt den Anruf weg. 2. Mai. Nachricht an Amina Mirazadi. Amina, jetzt geh endlich mal an dein Handy. Ich habe nachgedacht. Sorry, kann gerade nicht reden. Bin in der Konferenz. Gut, gut dann eben so. Du hast recht. Ja, du hast recht. Ich verstehe dich. Ich verstehe, dass ich selber bereit sein muss. Ich verstehe, dass ich diese Luftnot, die ich immer kriege, wenn ich daran denke, es meinem Vater zu sagen, dass ich mich dem stellen muss. Es meinem Vater zu sagen. Da haben wir es ja schon wieder. Aber, Amina, ich werde das tun. Nicht nur für dich. Du bist nur mein Anstoß. Für mich. Ich kann nicht länger so leben, als wäre ich nicht ich. Ich kann nicht länger die ganze Welt glauben lassen, dass ich irgendwann meinen besten Freund heirate. Ich brauche nur noch ein bisschen Zeit. Bis zu den Sommerferien. Dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn ich von zu Hause rausfliege. Dann kann ich bis dahin mit jemandem anders reden. Vielleicht ja mit Robert. Also so heißt mein bester Freund. Seine Eltern sind ganz okay und meistens nicht da. Vielleicht kann ich da ja unterkommen. Du machst mich fertig, Ola. Was soll ich denn da jetzt noch machen? Wie soll ich mich denn da jetzt noch von dir fernhalten? Das musst du nicht mehr. Ich bin in dich verliebt, Amina. Ich sage es dir. Und ich sage es meinen Wegen auch der ganzen Welt. Ich stehe auf Frauen. So. Und ich stehe auf dich. Ich werde das nicht länger verstecken. Ich sitze hier gerade in der Redaktion auf dem Klo und lache mich tot. Wieso? Bis jetzt habe ich nicht gewusst, was ich die kommende Woche in die Kolumne schreibe. Und jetzt weiß ich es. Erzähl. Warum muss es in lesbischen Liebesgeschichten eigentlich ständig um Lesben gehen? Hä? Ja, um Lesben meine ich. Und nicht um Menschen. Warum ist es in jeder lesbischen Liebesgeschichte ein Thema, dass sie lesbisch ist? Amina, weil ich 16 Jahre alt bin, Punkt für dich. Ulla scrollt weiter. Ich liebe deine Augen. Können wir uns treffen? Ich komme zwei Stunden früher. Du auch? Amina Merazadi, 8. 17. 21. Mai. 24. Mai. Hast du schon mit Robert gesprochen? Antwort an mir. Amina Merazadi. Das geht im Moment nicht. Der hat nur Augen für so eine bescheuerte russische Akrobatin. Es ist wie in dem Roman, den wir gerade in der Schule lesen. Dafür hat er auch keinen Kopf. Obwohl wir dann ein Projekt zusammen machen müssen. Und für mich sowieso nicht. Bist du sauer deswegen? Ja, irgendwie schon. Seit anderthalb Wochen versuche ich dem zu sagen, was Sache ist. Und er stößt mich vor den Kopf und versetzt mich immer und immer wieder. Und ich wette, in ein paar Tagen, da bricht ihm das Herz und dann geht es wieder nur um ihn. Nehmen wir mal an, er ist auch 16. Fast 17. Versuchst du mir was zu sagen? Nee. Kommst du am Dienstag? Klar. Wollen wir uns eine Stunde vorher in der Bäckerei gegenüber treffen? Meinetwegen. 28. Mai, 17.15 Uhr. Nachricht von Amina Mirazadi. Wo bist du? 22.50 Uhr. Ich kam mir ganz schön blöd vor, so alleine vor der Bäckerei. Grenzt jetzt doch wieder weg, jetzt wo du nicht mit diesem Robert reden kannst. 30. Mai. Hättest du zumindest mal antworten können. Irgendwas. 1. Juni. Du fehlst mir. Und ich mache mir Sorgen um dich. Hast du Stress mit deinem Vater, dass du dich nicht meldest? Aber der kommt doch eigentlich erst nächstes Wochenende zurück, oder? Boah! Boah, Robert! Jetzt lass mich endlich mal in Ruhe! Erzählfigur. Und das, was weniger offensichtlich ist als das äußere Geschlecht, als all die Kurven und Haare und Fortpflanzungsorgane und der ganze Plunde, aus dem wir uns zusammensetzen, das ist manchmal das eigentlich Unerhörte. Das fühlt sich an wie das eigentlich Unerhörte. Ihren neuen Körper, den hat Ola hingenommen. Als wäre sie immer Teil von ihr gewesen, was ja nur streng genommen auch war. Die Erkenntnis jedoch, dass sie nichts über die Liebe wusste, als sie noch Robert von Balser war, trifft sie hart. Die Einsicht, dass ihr früheres, unwissendes Ich immer noch hochnäsig durch die Welt läuft und glaubt, sie jederzeit zurückerobern zu können, wenn es sich beim nächsten Mal nur ein bisschen geschickter anstellt, verbessert die Situation ebenfalls nicht. Ola am Telefon. Was? Ach so, ja. Ja, es ist mir egal, okay? Sag mal, Robert, kannst du dich wirklich an nichts erinnern? Nein, das ist keine Anspielung. Ach, was, vergiss es einfach, okay? Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich meine nur, andere Leute haben auch ihre große Liebe verloren. Ja. Ja. Ey, glaub, was du willst, Robert, echt. Nein. Nein, ich bin nicht wie du, weißt du? Ich bin nicht du. Ich bin älter geworden, über Nacht. Ja, ja, ich weiß. Und weißt du was? Irgendwann stirbst du und hast immer noch keine Ahnung. Ich hab zu tun. Ola legt auf. Erzählfigur. Und am härtesten trifft diese Erkenntnis, dass der Verlust von Polina Davidov an dieser Stelle nicht deshalb so nichtig erscheint, weil es nun der Verlust eines anderen ist, was ja streng genommen auch nicht der Fall ist, sondern deshalb, weil ein anderer Verlust droht, gegen den der Verlust jeder russischen Akrobatin dieser Welt nur nichtig erscheinen kann. Ola schreibt. Amina, es tut mir leid. Ola, wo zur Hölle warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Mir ist was passiert. Lass uns treffen. Ich kann grad nicht, Ola. Ich kann nicht treffen. Ich kann nicht reden. Ich bin beim Außentermin. Bis morgen. Sollen wir später telefonieren? Nein. Schon gut. Morgen? Ohne die anderen? Zwei Stunden vor dem Plenum? In der Bäckerei? Antwort von Amina Merazadi. Ja. Es passt. Erzählfigur. Alexandra Kaczmirczak. Genannt Ola. Eine Protagonistin. 16 Jahre alt. Weiblich. macht sich durch kurze Röcke und das Verhältnis zu Robert von Balser zur Zielscheibe so mancher eifersüchtigen Klassenkameradin. Das ist ihr keineswegs egal, auch wenn sie sich das selbst weismacht, weismachen muss. Denn würden diese ohne Zweifel geistig schwer umnachteten Mädchen sie nicht mehr wegen ihrer Kleidung maltratieren, würden sie vielleicht etwas anderes finden. Etwas, das Olas trauriger, stolzer, konservativer polnischer Vater niemals erfahren soll. Und so kämpft sie nicht für sich, sondern stellvertretend für die Rettung der Welt. In der leisen Hoffnung, über diesen winzigen Umweg auch ihr eigenes Leben zum Besseren wenden zu können. Ola nimmt sich ein Notizbuch. Liebe Amina, das mit den Notizen ist peinlich, aber ich kann mir sonst nicht alles merken, was ich dir sagen will. Ich will so vieles sagen und deshalb komme ich mir vor wie eine Versagerin, weil ich mit Worten retten will, was nicht in Worte zu fassen ist. Und allein schon, dass ich das jetzt in vollen Sätzen schreibe, lässt mich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen vor lauter Scham. Ich bin wütend, Amina. Du sagst, du willst nichts in mir zwingen. Und für mich klingt es, als wolltest du nicht, dass ich weich falle, als wolltest du mich durch die harte Schule schicken, durch die du selber gegangen bist, anstatt mir den Weg zu bereiten. Du wirst sagen, du willst mich nicht in Abhängigkeit bringen von dir. Aber ich sehe dich an, in diesen Momenten, nachdem du dich fallen gelassen hast, in diesen wenigen Sekunden, die es braucht, bis du dich wieder gefangen hast. Und in deinen Augen sehe ich deine Angst, nicht meine. Erzählerfigur. Wir wissen nicht, ob Ola ohne die Erinnerungen von Robert in sich zu diesen großen Worten in der Lage gewesen wäre. Als sie den Stift zur Seite legt, ist es ein Uhr. Den Wecker für die Schule stellt sie natürlich trotzdem. Ola ist da gewissenhaft. Den Lehrern wird sie morgen erzählen, dass sie eine Woche lang das Bett nicht verlassen konnte und ihr Vater leider, leider keine Entschuldigung schreiben konnte, da er nicht im Land ist. Beides ist nicht gelogen. Ola wird in der Lage sein, sich auch in Erwartung des Treffens mit Amina noch auf den Unterricht zu konzentrieren. Sie wird die hilflosen Annäherungsversuche von Robert nicht ignorieren. Denn erstens mag sie Robert, zweitens braucht sie Robert und drittens ist sie bei genauem Nachdenken ein wenig versöhnter mit Robert. Jetzt, wo sie seine Dämonen am eigenen Leib gespürt, wo sie seine Erinnerungen in ihrem Hirn ausgegraben hat. Nach der Schule wird Ola sich hinsetzen und den Brief an Amina korrigieren. Sie wird ihre vollen Sätze in Stichpunkte umformulieren, um keine Zeit zu verschwenden. Sie wird am Ende in Eile geraten, aber trotzdem eine Viertelstunde zu früh am vereinbarten Treffpunkt sein. Schade, dass wir, liebe Zuschauer, all das nicht mehr verfolgen können. Denn wir erwachen, wenig später, andernorts. Das war der Zweite. Dankeschön. Du auch hier. So, das ist hier entstanden. Dieser Text ist teilweise hier entstanden, ja. Also es sind hier insgesamt neun, bei dem hier habe ich wirklich ungefähr die Hälfte hier geschrieben, würde ich sagen, ja. Seit wann bist du jetzt hier? Ich glaube, am 8. März bin ich angereist. Und dann habe ich mich eine Woche lang komplett eingeschlossen, weil ich ein Hörspiel fertig schreiben musste, was eine Woche später der Aufnahmetermin hatte. Dann bin ich ja nach Hannover zum Aufnahmetermin gefahren, da bin ich zurückgekommen und dann war Corona. Also, ich glaube, so richtig, würde ich sagen, seit dem 14. März. Ja. Und warum bist du überhaupt hier? Also du bist Stadtschreiber. Gute Frage. Warum bin ich eigentlich hier? Wegen des Garten. Warum bist du eigentlich hier? Stadtschreiberin für Rendsburg, die erste, soweit wir das nachvollziehen können, ohne jetzt in Archiven gewühlt zu haben. Vielleicht hat es früher hier schon mal Stadtschreiber oder wahrscheinlich waren es Stadtschreiber gegeben oder Stadtschreiberinnen. Wir wissen das nicht, aber du bist die Erste der Neuzeit. Und was macht so eine Stadtschreiberin überhaupt? Ja, also im Großen und Ganzen, also dieser Begriff Stadtschreiber, Stadtschreiberin, weckt halt immer so eine Assoziation von Archivar, habe ich festgestellt. Also als würde man da das Stadtarchiv betreuen oder so. Ganz so ist es nicht gedacht, auch wenn der Begriff wirklich sehr historisch klingt. Im Großen und Ganzen ist es so eine Stadtschreiberin-Residenz-Stipendium. Also ein Stipendium, was eben einer Künstlerin, einem Künstler einen Freiraum für künstlerische Schaffen geben soll. Das heißt, in allererster Linie bin ich wirklich hier, um zu schreiben und um diese Sachen fertigzustellen, ohne dass ich dabei die ganze Zeit darüber nachdenken muss, welchen Workshop ich als nächstes gebe, um irgendwie auch noch Geld zu verdienen. Also das ist tatsächlich so das Hauptanliegen von so einem Stipendium. Was eigentlich ein Nebenanliegen eines solchen Stipendiums ist, ist, dass eine Stadtschreiberin eigentlich auch aktiv was zum kulturellen Leben in der Stadt beitragen soll. Also sich da in irgendeiner Form einbringen, eben zum Beispiel durch solche Workshops, durch Lesungen, durch Kurse, durch wirklich alles Mögliche, was man halt eben so literarisch, künstlerisch in der Stadt umsetzen kann. Das ist sozusagen eigentlich auch ein Teil des Ganzen, der hier jetzt aus diversen Gründen, allen voran Corona, ein bisschen zu kurz gekommen ist, meiner Meinung nach. Tja, die Pläne haben sich irgendwie geändert. Ja, das kann man so sagen. Und du hättest ja, dein Ziel war ja auch, bei den Jugendspielen hier in der Stadt Rendsburg ein bisschen zu begleiten und leider konnten die Jugendlichen nicht kommen. Und du bist, aber deine Pläne haben sich auch so ein bisschen geändert, oder? Was war dein Ziel, als du hierher gekommen bist? Ja, kann man so und so sehen. Also ich weiß, dass ich im November irgendwann mal der Zeitung gesagt habe, dass ich hier in einem Roman arbeiten möchte. Ich habe ein Roman-Konzept erarbeitet. Ich meine, das kann ich mir dann doch auf die Fahnen schreiben für die Zeit hier. Aber im Endeffekt sind das hier halt die Sachen, die sich viel mehr aufgedrängt haben. Also ich habe das Konzept jetzt in meiner Schublade liegen und ich bin mir sicher, ich hole es auch irgendwann raus und dann mache ich eben diesen Roman draus. Aber ja, dieses neue Theaterstück und das Ende vom alten Theaterstück, die sind so zu mir gekommen. Und ja, dem wollte ich mich dann nicht verwehren, sozusagen. Hat die Situation die allgemeine damit zu tun, dass dir jetzt diese Stoffe auch eingefallen sind? Ja, jetzt können wir wieder den Witz mit der Dystopie bringen. Also man muss dazu sagen, als ich ganz am Anfang zur Online-Einstandslesung hier saß, ist mir aufgefallen, dass mein Text dystopisch ist. Guido ist aufgefallen, dass der Text dystopisch ist. Wahrscheinlich ist es allen aufgefallen. Daraufhin haben wir sehr viel über meine Neigung zu Dystopien geredet. Und deswegen heißt die Lesung heute auch Dystopian Rhapsody. Das war eigentlich nur ein Witz. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das seinen Einfluss genommen hat. Also jetzt zumindest auf das neue Stück. Ich finde, es lässt sich nicht immer so hundertprozentig sagen, weil da eben so viele Sachen reinspielen und so viele Eindrücke. Und da werden jetzt sicherlich auch so ein paar Pandemie-Eindrücke bei gewesen sein. Also aber da wirklich ganz konkret was nachzuvollziehen, finde ich persönlich schwer. Ja. Diese Stadtschreiber-Stipendien, ist das was, was weit verbreitet ist in Deutschland? Ziemlich. Also gibt es wirklich einige von. Sowohl in so ganz großen Städten, also manchmal heißt das dann Burgschreiber. Ich glaube, in Wien ist das ein Burgschreiber. Aber auch in vielen kleineren Städten, teilweise auch für Regionen, gibt es eben tatsächlich diese Residenz-Stipendien. Das, wie gesagt, normalerweise halt noch mit so ein bisschen anderen Sachen um den künstlerischen Freiraum verbunden dazu. Aber ja, gerade weil zumindest ich diese Programme eben auch aus anderen Teilen Deutschlands kenne, ja, finde ich es ein bisschen schade, dass ich hier so wenig geben konnte. Also wie gesagt, das hat viel mit Corona zu tun. Ganz definitiv so die Jugendsportspiele, die eben ausgefallen sind oder jetzt ausfallen, hast du ja schon gesagt. Eben auch die Tatsache, dass Veranstaltungen so lange Zeit in dem Sinne nicht möglich waren. Trotzdem ist es auch so, dass ich halt wirklich einige Male probiert habe, irgendwo an die Stadt anzudocken. Und keine Ahnung, ob einfach alle so ein Corona-Schock waren. Aber so, es war quasi, also es war nicht die Stadt Rendsburg selber, aber sozusagen jede Behörde, an die ich mich irgendwie gewendet habe, da habe ich dann irgendwann leider einfach keine Reaktionen mehr bekommen. Wie gesagt, vielleicht auch, weil teilweise personell unterbesetzt war. Ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwann war so der Punkt, wo ich beschlossen habe, mich damit abzufinden und mich lieber hinzusetzen und meine Energie in Schreiben zu investieren. Und das war dann auch eine ganz gute Entscheidung. Also, ist ja einiges mal rausgekommen. Und man muss natürlich sagen, hier auf dem Nordkolleg hat das super geklappt. Also, wenn es in ganz Rendsburg einfach so funktioniert hätte, wie auf dem Nordkolleg-Gelände, dann wäre ich total glücklich. Hier habe ich ja Coachings gegeben, hier habe ich ja Lesungen gegeben. Also, ich finde, ihr habt das ganz gut zu nutzen, gewusst, dass ich da bin. Ja, schön. Wir hatten ja auch nicht viele Menschen, um die wir uns kümmern konnten. Das war ja ziemlich exklusiv hier an dieser Stelle. Und bei der Gelegenheit muss man auch mal sagen, also wir haben ja hier freitags zugemacht und ich glaube, das war es noch am Wochenende oder montags, da kamen Esther Lindbrink und Thies Warnke, die hier da hinten sind für alle unsichtbar und die diesen Livestream ermöglichen, kamen an und sagten, wir müssen was machen, wir müssen was machen, wir wollen hier Live-Übertragungen machen. und die haben diese Marke Nordkolleg live entwickelt in kürzester Zeit und haben seit der Zeit und du warst ja die Erste, die hier live gelesen hat, in Corona-Zeiten, während andere noch irritiert waren darüber, was passiert hier eigentlich, ist hier das Programm weitergegangen und das ist heute, glaube ich, die 19. Übertragung, wenn ich das richtig sehe, seit dem Zeitpunkt und an dieser Stelle mal herzlichen Dank an die beiden, die das hier ermöglicht haben. Oh ja, danke schön. Und dass wir auch Zuschauer haben bei 29 Grad Außentemperatur, das ist ja auch was ganz Besonderes an so einem Abend. Das sind einige, oder? Gut, dann hören wir jetzt noch einen kurzen Text von dir als Zugabe. Also keine Sorge, der wird jetzt wirklich kurz. Dystopisch? Wird er dystopisch? Dystopisch wird er nicht, aber er kommt ohne Technik aus, das heißt, davon muss sich diesmal niemanden ablenken lassen. Wunderbar, da freuen wir uns jetzt drauf. Danke. Dankeschön. Ein paar kleine Worte sage ich noch zu dem Text, aber auch da fasse ich mich kurz. Dieser Text ist schon ein bisschen älter tatsächlich, also der ist tatsächlich vor der Zeit hier entstanden und ich hatte es ganz am Anfang, glaube ich, schon erwähnt, er ist Teil von einem Stück, wo ich immer so einzelne Auszüge geschrieben habe, so über die Jahre hinweg und wo ich mich gerade so das erste Mal in der Lage fühle, jetzt vom Können her, diesen Text auch tatsächlich zu schreiben. Ich habe auch jetzt schon ein bisschen daran weitergeschrieben und hoffe, dass dieses lange, lange währende Stück dann tatsächlich irgendwie jetzt mal zu einem Abschluss kommen kann. Dieses Stück handelt grob gesehen von einem Konflikt zwischen zwei Geschwistern, die am Tag nach dem Tod ihrer Mutter beide in die Wohnung der Mutter kommen und zwar beide, um die Katze der Mutter mitzunehmen. und die Geschwister haben sich zu diesem Zeitpunkt seit sieben Jahren nicht gesehen, weil in einem ganz, ganz großen Knall diese ganze dreiköpfige Familie, also den Vater gab es ja nicht mehr, auseinandergebrochen ist auf der Geburtstagsparty der Mutter. Infolgedessen ist der Sohn zu Hause rausgeflogen und die Tochter in der Psychiatrie gelandet. Dieser Monolog, den ich jetzt schreibe, lese, den ich geschrieben habe, den ich jetzt lese, heißt Lely vor dem Tribunal. Lely ist die Tochter und ja, ist eigentlich selbsterklärend. Jetzt kann ich eigentlich lesen. Lely öffnet die Augen und befindet sich in einem Gerichtssaal auf der Anklagebank. Sie trägt geflochtene Zöpfe und die Sportkleidung eines Kindes. Mensch, glotzt nicht so. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich dachte nur auch, ich hätte diese kleinen Mädchenattitüde mal so langsam hinter mir gelassen. Ich bin nervös. Also, man ist ja nicht alle Tage vor Gericht. So, so spontan und vor allem nicht in den Klamotten einer Neunjährigen. Jetzt keine Ahnung, was der Aufzug soll. Kindheitserinnerung oder so. ist das eigentlich Quatsch. Also, so habe ich als Kind überhaupt nicht ausgesehen. Ja, na gut, gut, das mit dem Outfit, ja, das kommt hin, aber ich habe nie, nie solche Zöpfe getragen. Das hätte ich mit meinen Haaren auch gar nicht gekonnt. Die waren viel zu dünn dazu. Zöpfe hätten da nur ausgesehen wie Rattenschwänze. so dünn. Meine Mutter, die hatte auch immer sehr drunter gelitten. Ich war nämlich ansonsten ein wirklich, wirklich hübsches Kind. Deswegen meinte meine Mutter auch immer, ich könnte ja Model werden oder Schauspielerin. Ich meine, ich musste das machen. Adrian war nicht so ein hübsches Kind, aber der war ja auch ein Junge. Aber ich, ich war sehr, sehr niedlich. Also, wenn da nicht meine Haare gewesen wären. Naja, ein Model bin ich nicht. Das sieht man ja. Aber aus meinen Haaren, ja, aus meinen Haaren, da ist doch noch was geworden. Das hätte meine Mutter nicht gedacht. Die hätte so vieles nicht gedacht. Zum Beispiel auch, dass ich jetzt so brotlose Geisteswissenschaften studiere, Religionswissenschaften und Ethnologie. Meine Mutter, die wollte nämlich immer, dass ich Ärztin werde oder Anwältin. Irgendwas mit Prestige halt. Ich war nämlich auch ein ziemlich kluges Kind. Ich hatte immer gute Noten. Adrian, der hatte nicht so gute Noten. Obwohl er ein Junge war. Ja, Anwältin bin ich nicht, Ärztin bin ich auch nicht und außerdem habe ich jetzt gerade gar nicht die Wahrheit gesagt. Schuldige, das fällt mir auch jetzt gerade erst auf. Also es tut mir leid. Ich hatte nämlich gar nicht nur gute Noten. Nee, also in Sport, da war ich immer ziemlich schlecht. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ich hatte schon in der dritten Klasse in Sport eine Vieraufentzeugnis. Das muss man erst mal schaffen, in der dritten Klasse. Das war ganz schön peinlich. Haben auch immer alle gelacht. Ich hatte immer so Angst vor Bällen. Fußbälle, ja, die waren besonders schlimm. Als ich mich einmal in der Schule mit meinen Freundinnen gestritten habe, da habe ich dann in der Pause nach Adrian gesucht. Ich dachte, ich könnte in der Pause bei ihm bleiben. Sonst kannte ich ja niemanden. ich habe ihn also gesucht und da habe ich ihn eben auf dem Fußballplatz gefunden. Ich habe mich daneben gesetzt und ich habe nur geschaut, wirklich nur geschaut. Ich war ganz still und da, da kam plötzlich einer von Adrians Freunden zu mir. Nils ist der. Das war so ein ganz netter. Der hat dann gefragt, ob ich mitspielen will. Und noch bevor ich antworten konnte, stand Adrian neben mir mit dem Fußball unter dem Arm. Herr Elvis, willst du denn mit der, hat er gefragt, mit der lahmen Schnecke. Die trifft ja nicht mehr den Ball. Die wird vom Ball getroffen. Ich habe ihn nur angeschaut. Ich habe nichts gemacht. Und da hat er dann plötzlich den Ball genommen und hat ihn mir ins Gesicht geknallt, so richtig mit voller Wucht ins Gesicht geknallt. Ich habe geheult und die Tränen, die flossen mir nur so das Gesicht runter. Und dann habe ich natürlich auch noch Nasenbluten gekriegt. Ja, und das Blut, das floss mir dann auch so das Gesicht runter. Und ich habe so geweint. Und Adrian, der hat mich nur angeguckt. Und dann hat er plötzlich gelacht. Der hat gelacht und dann ist er gegangen. unsere Mutter, der habe ich dann später gesagt, dass ich vom Klettergerüst gefallen bin. Aber abends im Bett, da bin ich dann wütend geworden, so richtig wütend. Und dann, dann habe ich mir selbst einen Schwur geleistet. Das passiert mir nicht nochmal, habe ich gesagt. Am nächsten Tag habe ich Adrians alten Fußball aus dem Keller geholt und bin zum Spielplatz gegangen. Und da habe ich dann auf die Torwand geschossen. Immer und immer wieder. Und ich habe mich ein einziges Mal getroffen. Nach ein paar Minuten, da war ich auch noch total fertig und ich konnte nicht mehr. Und deshalb habe ich dann auch zu joggen begonnen. Jeden Tag eine halbe Stunde joggen. Ich stelle euch das mal vor, ein neunjähriges Mädchen geht jeden Tag joggen. Das ist doch krank, oder? Aber ich habe das trotzdem durchgezogen und ich habe ständig Torwand schießen geübt. Alles ganz heimlich natürlich und dribbeln monatelang. Und im nächsten Schulhalbjahr, da haben wir im Sportunterricht Fußball gespielt und ich hatte eine Zwei auf dem Zeugnis. Eine Zwei in Sport. Ich war so stolz. Am Zeugnistag, da habe ich dann nach der Schule auf Adrian gewartet, weil wir sollen ja schließlich immer nur zusammen nach Hause gehen. Und Adrian kam aber nicht. Und deshalb bin ich dann also alleine losgegangen. Zu Hause hat meine Mutter mein Zeugnis angeschaut und hat gesagt, toll, du hast ja eine eins in Deutsch und eins in Mathe, echt toll, 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 Lilli, toll hast du das gemacht und wo ist dein Bruder? Dann haben sie den ganzen Nachmittag lang nach Adrian gesucht. Dann haben sie ihn Stunden später an dem kleinen Bach gefunden. Dort hat er sein Zeugnis verbrannt. Ich bekam dann dieses Barbie-Haus, was ich mir schon immer gewünscht hatte und Adrian bekam Hausarrest. Abends im Bett, da hat er dann geheult. Meine Mutter war so wütend auf ihn und hat gesagt, dass ich zum Glück nicht so bin. Ich bin ihr Liebesmädchen und hat mich in den Arm genommen und da war Adrian dann auch noch wütend auf mich. Und niemand, wirklich niemand, hat sich für meine zwei im Sport interessiert. Und deshalb darf er das nicht. Er darf sich nicht beschweren, dass ich immer mehr Geschenke gekriegt habe als er. Er darf nicht sagen, dass Mutter mir immer alles in den Arsch geschoben hat. Er darf mich nicht Vorzugskind nennen. Und er darf mir das auch nicht vorwerfen. Er darf mir nicht sagen, dass ich kein Recht habe auf das halbe Jahr, das ich in der Klapse war. Weil ich ja überhaupt keine Probleme habe. Weil unsere Mutter ja immer auf meiner Seite war. Denn ich habe nie darum gebeten. Nein. Darum habe ich nicht gebeten. Und das war der dritte Streich. Das war der dritte Streich. Und der letzte für heute. Und verabschieden müssen wir uns voneinander noch nicht, weil du noch ein bisschen hier bleibst. Und deine nächste Station führt dich dann ans Theater als Dramaturgin. Ganz genau, ans Theater gießen. Und da verarbeitest du dann Stoffe, die andere Autorinnen und Autoren geschrieben haben. Sozusagen. Lernt man auch viel bei, würde ich sagen. Schön. Wann geht das los? Sehr bald tatsächlich. Das nächste Woche geht da die Spielzeit los. Ich weiß, ich muss jetzt am Wochenende noch irgendwie umziehen. Ich komme aber Ende August noch mal hier ans Nordkolleg für ein paar Tage, um mich halt vernünftig zu verabschieden und alles zum schönen Abschluss zu bringen. Freue ich mich sehr darauf, die paar Tage noch mal zu haben. Sehr schön. Und wir freuen uns, dass du noch mal kommst. Ja, danke schön. Und wir freuen uns auch, dass wir nächste Woche wieder eine Live-Sendung haben hier am 15.08. Das ist der Samstag. Um 19 Uhr haben wir ein Konzert mit der Band Ghosts and Apples. Die machen sehr schöne Musik und das wird voraussichtlich auf der Außenbühne an der Raiffeisenstraße sein und wir werden es auch wieder übertragen. Also herzlich willkommen. Und dann zwei Wochen später, am Sonntag, den 30. August um 17 Uhr, liest Selina Seemann, eine Poetry-Slammerin und Autorin aus Schleswig-Holstein und da freuen wir uns auch drauf. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle von den Menschen, die uns hier online zugucken und wir hier vor Ort können ja noch ein bisschen zusammenbleiben. Und vielleicht hat sich ja aus dem, was du uns hier heute Abend vorgetragen hast, die ein oder andere Frage ergeben. Ich sehe die fragenden Gesichter nicht so sehr, weil die Scheinwerfer hell sind. Aber möglicherweise gibt es da die eine oder andere Frage. Und vielleicht haben Sie Lust, die auch jetzt schon zu stellen. Ich gucke mal. Also wir können noch von meiner Seite aus gerne ein bisschen das Licht anmachen. Jeder kann sich noch was zu trinken holen. Ja. Und dann sehen wir uns im Abstand an der Bar. Sehr gerne. Falls die Zuschauer im Stream mich noch hören, tschüss auch von mir. Und tschüss und herzlichen Dank. Marisa Bent.